»Ist, ist das eine Festung?« fragte er und trat einen Schritt auf die aufeinandergestapelten Kisten zu. »Ja, Casa de la Owens. Gefällt sie dir?« »Ähm, ja.« Er schüttelte den Kopf und stieß ein leises Lachen aus. »Mir gefällt der rohe, unvollendete Charme.« Ich grinste. »Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, es so hübsch anzustreichen wie du dein Empire State Building. Aber innen drin ist es ganz nett. Komm und bring die Pizza mit.« Ich kniete mich vor den Eingang nieder, der in die Festung führte, und schubste Becher, Küchenrolle und Cola hindurch, ehe ich hinterherkrabbelte. Den Boden innerhalb der Festung hatte ich mit einem Teppich ausgelegt, den ich aus meinem alten Zimmer mitgebracht hatte. Zusätzlich lagen darauf Decken und Kissen. Das Dach der Festung hatte ich mit einem dunklen Laken überspannt. Aber das war noch nicht alles. Ich konnte ziemlich engagiert sein, wenn ich wollte. Ich kroch zu einer kleinen Öffnung, durch die ich ein Verlängerungskabel gezogen hatte, und legte einen Schalter um. Hunderte kleiner Lichter erwachten über meinem Kopf zum Leben. »Wow«, sagte Julian, der hinter mir in die Festung gekrabbelt kam. »Nett hast du's hier.« »Ja, nicht wahr?« Ich beugte mich über ihn, wobei sich mein Oberkörper gegen seine Brust drängte. Er versuchte, zurückzuweichen, aber dafür war in meiner Festung kein Platz. Ich konnte seinen Atem in meinem Nacken spüren, während ich die Kordel löste, die eine Art Vorhang festhielt. Dieser fiel nun herunter und verschloss den Durchgang. Im Inneren meines Verstecks wurde es noch schummriger. Ich drehte den Kopf und sah Julian an, unsere Gesichter nur eine Handbreit voneinander entfernt. »Und?«, fragte ich, meine Stimme nur ein Flüstern. »Was sagt der Herr Architekt zu meinem Bauwerk?« »Die Statik des Eingangs bereitet mir ein wenig Sorgen, aber insgesamt sieht es gut aus.« Er nickte anerkennend, und ich konnte die Lichter in seinen Augen wieder schimmern sehen. »Es ist jedenfalls wesentlich bequemer als der Hausflur.« »Das dachte ich mir.« Ich lächelte und lehnte mich zurück. Die Beine überkreuzt öffnete ich den Pizzakarton. In den Deckel stellte ich die beiden Plastikbecher, die ich mit Cola füllte, ehe ich eine Pizzaecke auf ein Stück Küchenrolle legte und es Julian reichte. »Und wo sind Ori und Cassie?« »Rab«, nuschelte Julian undeutlich, da er gerade ein bisschen Pizza im Mund hatte. Nachdem er geschluckt hatte, fügte er hinzu. »Sie haben im Wald kein Handyempfang, und außerdem hätte ich die beiden so oder so nicht stören wollen. Sie haben seit Tagen nur von diesem Ausflug geredet. Ich habe Ori heute Morgen dabei erwischt, wie er ein Lippenpeeling gemacht hat. Und den Haaren in der Dusche nachzuurteilen, gleicht Cassies gesamter Körper einem Baby hinteren. Offenbar haben Maylin und Gorwin an diesem Wochenende Großes vor.« Verdutzt neigte ich den Kopf. »Wie meinst du das?« »Na ja, Großes eben.« Julian wackelte vielsagend mit den Augenbrauen. »Du weißt schon.« Ich runzelte die Stirn. »Redest du von Sex?« »Nein, davon einen Regentanz aufzuführen.« Er verdrehte die Augen. »Natürlich rede ich von Sex.« »Warte mal. Wie lange sind die beiden denn schon zusammen?« »Ori und Cassie?« Ich nickte. Julian schüttelte den Kopf. »Sie sind kein Paar.« »Was?« Das konnte nicht sein. Sie wirkten so vertraut miteinander. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich vermutet, dass sie seit der Highschool zusammen waren. Allein die Art, wie sie übereinander redeten, miteinander scherzten und einander ansahen. Die Blicke, die sie am Abend unseres Kennenlernens ausgetauscht hatten, hatten Bände gesprochen. Nur Verliebte sahen einander so an. »Sie sind kein Paar.« Wiederholte Julian und nippte an seiner Cola. »Ich hab dich schon verstanden, aber…« »Sie gehören zusammen.« »Sie sind mein Real-Life-OTP.« Julian hob fragend eine Augenbraue. »Was ist ein OTP?« »OTP. One True Pairing«, erklärte ich. »Das eine perfekte Paar, das einfach füreinander bestimmt ist.« »Wieso sind die beiden nicht zusammen?« »Keine Ahnung, das musst du sie fragen.« Ich schnaubte, biss von meiner Pizza ab und kaute wütend, ohne etwas zu schmecken. »Ach, das ist doch scheiße«, fluchte ich. »Ich weiß«, stimmte Julian mir zu. »Hätte ich jedes Mal Geld gesetzt, wenn ich mal wieder geglaubt hatte, die Nacht der Nächte zwischen den beiden wäre gekommen, wäre ich inzwischen ein armer Mann.« Er stockte. »Ein noch ärmerer Mann.« Autsch. Links angetäuscht, rechts zugeschlagen. Umgehend machte sich mein schlechtes Gewissen breit. In meinen Gedanken formte sich eine weitere Entschuldigung für das, was vor über zwei Monaten passiert war. Aber ich wollte Julian nicht vertreiben, indem ich ihn an den Zwischenfall erinnerte. Später. 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 Untertitelung des ZDF, 2020